Bragi E-Studios, so heißt das bekanntlich. Äh, Colorful Ghosts spielen wir hier gerade. So, da haben wir hier erstmal drei Level. Ähm. Okay. Den machen wir und dann machen wir ihn. Soweit ist es noch ganz einfach. Okay, sie können auch übereinander. So, äh, da haben wir... ...drei blaue, glaube ich. So, dann muss der da hin und der muss, äh, nach da. So weit ist es, glaube ich, noch ganz einfach. So. Ähm. Okay, das war auch relativ leicht. Äh, so, was machen wir hier am besten? Äh, so. Irgendwie so Und dann haben wir das auch Das war jetzt auch nicht so schwer So den ganz langen Den müssen wir zwangsläufig wohl zuerst machen Kann er hier nämlich den Knopf drücken Und dann haben wir das auch So, da muss der lange Der muss Nein, so nicht Sondern so Und dann so Dann haben wir das auch geklärt Also hier muss Der Vierer muss auf den Dann haben wir das auch so Dann haben wir das auch so Dann haben wir das auch die Brücke Das ist doch schon etwas komplexer So Du bleibst erstmal da drüben, glaube ich Dann kann er nämlich hier erstmal durch Jetzt darfst du da drüber Oder auch nicht Das ist ganz schön Eine Rumrangiererei So Thomas, ich schuhe erstmal Dann kannst du mir schon mal Den machen Und du da Dann haben wir das auch geklärt Um Gottes Willen Du musst erstmal hier die Tür aufhalten Da holst du den Schlüssel Geht da durch Das reicht ja auch wirklich aus Und dann haben wir das Gottes Willen, was ist das drin? Ähm Ja Also der muss den Grün nehmen Und Da ist einer von denen Das ist Orange Und ich stelle ihn mir schon mal da drauf Und du darfst dann irgendwie so machen So Du Bis dahin Bis dahin Den muss noch mal weg So Durch den Kopf kommt man ja irgendwie nicht durch So war das doch Ähm Ja Der kurze muss nach da Der lange muss Entweder nach da Oder nach Da Aber ich glaube da der erstmal durchs Tor Grundsätzlich durch muss Und So Dann machen wir den Du gehst nach Erstmal den Boden holen Den machen So Ich glaube so nicht Wir starten Achso wir können einfach Endschritt einfach zurückgehen Sehr hilfreich So der muss da glaube ich In die Ecke Muss jetzt glaube ich Von der anderen Seite Darüber So dann musst du mal kurz aushalten Und dann gehst du wieder zurück So dann haben wir das auch gemacht Also Wir haben hier einen blauen Den dürfen wir aber nicht nutzen Weil wir hier kein blaues Feld haben Der macht die Brücke So So Ähm Der kann jetzt Der kann da nicht Ich dachte gerade der könnte da einfach durch den blauen durch Aber offenbar ist dem nicht so Dann müssen wir das anders machen Äh das geht auch nicht Stell ich gerade fest Wir müssen den mal umparken Und dann haben wir es auch geschafft Also Der lange muss den roten nehmen So Du hältst mal hier auf Der muss mit dem vorderteil da Auf den So Sonst wäre es nämlich nicht aufgegangen Ähm Du kannst nur da hin Dann musst du Ähm Ja Macht es einen Unterschied In welche Richtung man die Kisten schiebt Braucht man nicht So Dann machen wir doch mal hier Den auf Gelb Äh das tappt so natürlich Überhaupt nicht Kann man Äh Beide Kisten Auf einmal schieben Das macht aber auch keinen Sinn Sagen wir es doch mal So nicht Ähm Ne das tappt nicht Wie kriegen wir denn die Kiste Hier runter Ich glaube Ich fange nochmal neu an Ähm Das war so eigentlich nicht gedacht Ich mache es auch immer wieder neu Oder Machen wir es doch mal so Okay wir können aber nur eine auf einmal schieben Das macht es auch nicht einfacher Also mit anderen Worten Wir können wirklich nur eine Kiste überhaupt nutzen Und sonst muss immer ein Wurm auf dem Fakig Fakig Ähm Ähm Und dann haben wir es auch gelöst Und was machen wir hier Hier brauchen wir Wir haben zwei blaue Da muss einer hin Da muss Da muss aber auch Hä Also braun ist dann quasi eine Mischung aus allem Oder wie Warte mal da muss der Eins 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 Zwei Drei Vier Fünf Okay der Fünfer Muss blau werden Ähm Wo kann ich denn den da raus Der Schlüssel liegt da Und wenn ich da einen reinschuhe Kann ich ja nicht mehr wenden Ähm Ja warte mal So Ich muss da Da Und da Da kommt der aber nicht mehr raus Oder Nein Anders umdrehen kann ich den nicht Ähm Das wird kompliziert So Du holst erstmal den Schlüssel So Dann In den rein Und dann haben wir ihn raus So Das Der erste Schritt Wäre geschafft Der dreier Muss Gelb Der zweier Muss Da muss rot Da muss rot Ne Der dreier muss Rot Achso Also Ne Der vierer muss rot Vierer ist rot Und streckt sich hier rüber Dann muss der zweier Der Fähre muss aber erst mal weg Weil erst muss der Fünfer da rein Der muss hier ein So Drei Drei Fünf Und blau So Dann Der kommt hier Der Der dreier muss Hier Gelb rüber Das heißt der zweier muss hier blau Dann tun wir ihn Gelb Und dann zuletzt Die Der muss andersrum Sonst geht's nicht So Ja ich glaube damit Haben wir jetzt Habt ihr das Konzept des Spiels Jetzt aber auch verstanden Deswegen würde ich sagen War es das jetzt auch von der Folge Ich weiß nicht wie viel kapitel Hier noch Äh Noch eine ganze Menge Die wollen wir jetzt aber nicht alle spielen Die könnt ihr dann selber rätseln Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Tschüss